was geht ab leitungen es ist montag das heißt max out monday einer meiner highlights jede woche das versüßt eigentlich den wochenstart weil wochenstart ist eigentlich immer leidend man muss zurück in die arbeit in die schule ins praktikum in die ausbildung was weiß ich jetzt hört's arbeitsimals kommen rein richtig leidend aber egal wir pushen jetzt wie jede woche drei pokémon für unsere sammlung für unser großes ziel denn ich will jedes pokémon einmal aufmerksam am besten natürlich so gut wie möglich also 100 prozent aber das ist nicht immer möglich so natürlich sie gestern oder vorgestern checkt das video von vorgestern ab vom community day ein paar gab es fehler schlechtes ich habe nichts bemerkt zum glück meiner nicht ganz normal aber ihr könnt gerne das video auch checken und folge erfahrungen und tageschreiben wie es bei euch so lief also wir pushen dementsprechend natürlich wird die schon entwickelt naja wir haben schon ewigkeiten entwickelt libelldra damals aus der quest habe ich bekommen dementsprechend drachen muss aber zielattacke bonus ist jetzt auch nicht so toll und leider nur 98 prozent ich habe jetzt eine menge getauscht aber keinen bekommen keinen guten ich habe allgemein sehr wenige luckys diesmal bekommen bei trastler ein lucky nach dem anderen ich habe so viele luckys bekommen und ja bei dem mehrere hundert jetzt getauscht über zwei tage ich glaube 45 ist das war es also schon relativ schwach die ausbeute dementsprechend habe ich jetzt nur den normal 98 aus der quest was soll man machen manchmal muss man sich eben damit auch zufrieden geben wie gesagt bodenattacke hätte er sonst haben können aber da gibt es ja erstens haben wir gut und zweitens gibt es jetzt diesen maulwurf und dann gibt es noch einen legendären der besser ist als grudel also die belldra war glaube ich wo ich nachgeschaut hatte platz fünf oder sechs das bodenangläufer betrifft deswegen jetzt freue ich nicht unbedingt natürlich drache gibt es natürlich auch eine menge andere alternativ also er ist jetzt natürlich auch nicht ganz weit oben mit dabei aber ich denke drache kann man öfters geblocken vor allem wenn ich so wie ich ja jetzt sehr viele tote immer hat und dementsprechend dann auch mit seinem mittleren pokémon öfters mal kämpft schauen wir mal level 15 müsste gewesen sein dementsprechend ein bisschen mehr zum pushen hier bin mal gespannt wie hoch der kommt haben wir die belldra abgeschlossen scheinlich habe ich alle entwickelt auch ein paar zum tauschen aber ich mache das jeden jeden cday voll durch entwickelt damit das damit ich entscheide mit dass sie der taggabe zum weg tauschen aber bisher keine einzonen haben wollen also ich frage mich eigentlich wieso ich das mache eigentlich bombe und verschwindung weil keiner will die haben werden übrigens auch eine menge staub wieder angesammelt in den letzten paar wochen natürlich stopp event war am start rocket stops habe ich eine menge gemacht eben natürlich auch gut staub also ich brauche auf jeden fall noch ein shiny lucky libeldra alle meine glücks freunde größer gehen raus und ich habe meine glücks sammlung mal wieder abgecheckt update kommt auf jeden fall dieses jahr noch es kommt eigentlich von allem ein update mal wieder alle meine shinies meine top pokemon alle meinen lucky shinies gemaxen pokémon all dies das auf jeden fall zum abschluss des jahrges noch mal jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte ahja lucky shinies es fehlen jetzt nur noch unter 100 klingt viel aber es ist nicht mehr so viel vor allem habe ich um die 30 glücksfreunde in reserve gerade also wenn man die abzieht schon mal dann sind es ja nur noch 60 ungefähr ungefähr und wenn man so betrachtet dass ich jeden zweiten tag gleich ein glücksfreund bekommen und dann momentan sammle ich ja glücksfreunde sprich versuche meine liste vollkommen auf münchen auf aufzustellen und da nur noch münchen am start zu haben und 2020 werde ich wahrscheinlich so 150 bis 180 nur münchen haben die beste freunde sind und mit denen ich ja jeden tag die chance habe auf glücksfreunde das ist mein ziel für 2020 das heißt ep ist dann bis 2020 gestorben jetzt kommt noch so die letzten wirklich die letzten rein die nur für ep da sind welche die außerhalb wohnen und so was und zuschauern dies das natürlich alle die mich immer unterstützen die kanalmitglieder und so für euch habe ich immer noch platz das kommt dann immer noch aber so der wirkliche großteil ist dann 2020 nur noch beste freunde mit mir und potenziell glücksfreunde dementsprechend wenn ich sage es unter 100 ist es für mich echt nicht mehr so viel klar sind ein paar absolut mega seltene sachen dabei wenn ich werde dann wahrscheinlich so viele glücksfreunde haben mehr als scheinlich sein kommen dass ich dann zum beispiel auch mal ein paar glückstausche machen kann um guter wie zu bekommen von irgendwelchen coolen pokémon gleich mal nämlich die linke lernen oder so auf jeden fall die welt war 98 max 2654 ok dann haben wir ja fast jet 1 fertig dementsprechend den haben wir letztes mal muss jedes mal ein jet 1 pokémon mit dabei sein diesmal ist es ein pixie 100 prozent den max war noch fertig hier und nummer drei werdet ihr gleich sehen von gen 1 fehlt dadurch dann beinahe nichts mehr kommt drauf an ob man die alola mit zählt zu gen 1 es fehlt halt noch wulpix und alola wulpix mauzi und alola mauzi wobei da warte ich halt noch bis die shiny auftauchen shiny wulpix und shiny mauzi mauzi wahrscheinlich mit diesem team rocket event irgendwann demnächst pikachu das wird dann das letzte jet 1 pokémon sein dass ich maxe und das war es eigentlich auch schon fixiert ich glaube das war es dann bestimmt noch irgendwas das mir nicht einfällt ahja voltoball den gibt es auch noch nicht shiny da warte ich eigentlich auch noch bis der shiny kommt voltoball abgesehen davon war es das glaube ich ich habe meine liste hier ich schaue mal kurz nach checkliste goranger checklist wieder zu goranger verwende ich jetzt in letzter zeit eigentlich dauernd max pokémon genau ich habe verschiedene listen angefertigt checklisten rauchen tue ich noch genau raichu haben wir gesagt pixie machen wir grad wulpix kickly und nokchan stimmt ihr wisst bescheid ich warte auf 100er nokchan außerdem kommt je noch shiny und ditto der kommt auch noch shiny irgendwann also schauen wir mal an sich warten wir eigentlich noch auf die veröffentlichung von denen und von gen 2 fehlt eigentlich auch nicht so viel dann können wir auch noch gen 2 fast fertig max dann gen 3 und dann sind vier dann vieles meistens alles lucky nur 98er lucky habe ich da viele das wird zum glück relativ billig und dann dann sind wir wahrscheinlich mit gen 5 grad so fertig wenn gen 6 rauskommt das so der plan für 2020 und dann gibt es ja eine menge staub immer hier und da wir machen ja eigentlich mehr staub als wir ausgeben was natürlich hammer ist weil sonst wäre unser ziel nicht erreichbar und dann hat der pixie go 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 auch eigentlich ein ziemlich gutes pokémon knuddelhof pixie sehr unterschätzt man sagt ja ganger ist der schatten von pixie oder sowas die haben auf jeden fall schon ähnlichkeit so fallen mir unter die sechs millionen wenn wir noch unseren dritten pushen ich glaube nicht jetzt der push und 2,2437 aber noch 6,26 millionen und der letzte ist die heißen wir genau welser oder sowas zum wasser event ich dachte ich hätte es eigentlich gepusht ich hatte ihn auch schon abgehakt aber irgendwie doch nicht deswegen muss das noch nachgeholt werden echt komische sack hier nochmal für euch 100 prozent keine ahnung wieso wie gesagt ich dachte ich hätte ihn schon gepusht zum wasser event damals und auch in der liste bereits abgehakt dann schaue ich so er ist doch gar nicht gemacht was wird jetzt noch nachgeholt und dann war es das leute und für nächste woche wird wahrscheinlich neusten wenn angekündigt halloween vielleicht oder so vielleicht push mir dann da was aber an sich habe ich eigentlich schon alle geister gemacht und neues legendärges oder neuer legendärer red boss erstmal und weiß nicht ob wieder eine wiederholung kommt donnerstag glaube ich auf jeden fall diese woche wird auch gesagt ich habe so gar keinen bock auf kiratina mehr macht nur noch click rates und chinox absolut sowas halola kukowai halola knogga wie immer schreibt unter den tage was ihr gemacht habt max on monday was habt ihr gepusht das ist neu in eurer sammlung nicht mehr viel dann war es das chilliger max on monday nix besonderes also keine überklassen pokémon einfach drei für die sammlung hier 2016 ein gutes jahr da ist pokémon go raus gekommen und wir fallen nicht unter 6 millionen das ist doch super letzter push 2061 100 prozent welser oder wie auch immer der heißt so leute das war es von mir euch noch eine schöne woche schönen wochenstart wie gesagt schreibt irgendeine guten tage was ihr diese woche gemakst habt ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren check die anderen videos ab folg mal auf instagram, facebook, twitter check den shop ab vergesst nicht, pokémon is just business schreibt 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 Vielen Dank.